Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In diesem Video geht es um den Smart Home Deal des Tages. Heute mit einer 16 Meter Smart Home Lichterkette mit 15 Bieren und einer Ersatzbirne aus dem Hause Loomary. Die Lichterkette gibt es nicht standardmäßig unter 80 Euro. Jetzt bekommt ihr sie für 70. Link ist natürlich für euch unter diesem Video in der Infobox. Dort gibt es auch nochmal alle technischen Details. Und wir schauen uns jetzt einmal gemeinsam an, was diese Lichterkette alles leistet. Mary ist einer meiner absoluten Lieblingshersteller, wenn es um Zigbee-ungebundene Beleuchtung geht. Das heißt, rein über WLAN steuerbare Beleuchtung. Dadurch, dass hier die Qualität wirklich unglaublich stimmt, hat sich Mary in den letzten Jahren Stück für Stück verbessert. Man hat das Sortiment erweitert und letztendlich auch diese smarte Lichterkette, die als Partybeleuchtung optimal einsetzen können, herausgebracht. Ein großes Clou-Feature bei dieser Lichterkette ist, dass ihr sie dementsprechend im Außenbereich einsetzen könnt. Dafür sorgt IP65, das heißt auch perfekt, wenn es jetzt Richtung Frühling geht, für die Terrasse, den Balkon etc. Und für die Gartenparty natürlich auch extrem gut geeignet. Mit einer Länge von 16,5 Metern habt ihr hier tatsächlich auch richtig, richtig Spaß. Ihr könnt diese Lichterkette über lange Strecken dementsprechend einmal spannen und habt gleichzeitig eine hervorragende Qualität. Die Glühbirnen gibt es auch nachzukaufen, es ist allerdings auch eine, die hier mitgeliefert wird als Ersatz. Und vor allen Dingen, ganz, ganz wichtig, sie ist unterbrechungsfrei. Das heißt, wenn mal ein Leuchtmittel defekt sein sollte, dann funktionieren trotzdem noch alle andere. Natürlich habt ihr hier auch das große Glück, dass Mary mittlerweile die App auf diese Glühbirnen angepasst hat. Das heißt, ihr könnt hier auf der Lichterkette dementsprechend verschiedene Beleuchtungsszenarien abbilden. Das macht Spaß, das kann wirklich rotierend sein. Ihr könnt komplett das ganze Farbspektrum einmal durchspielen oder ihr lasst sie ganz klassisch dementsprechend einmal zur Musik blinken. Insgesamt eine richtig coole Lichterkette für alle Smartphone-Fans, die auch ein bisschen Partybeleuchtung smart machen wollen. Deswegen nutzt das aus, wenn ihr die haben wollt. 70 Euro kostet die aktuell. Den Link findet ihr natürlich einmal unter diesem Video in der Infobox. Dort gibt es auch nochmal alle technischen Details. Habt ihr Fragen, guckt euch gerne die große Review zur Blue Mary Lichterkette auf meinem Kanal an. Dort habe ich auch nochmal alle Funktionen für euch erklärt. Bis dahin danke ich euch fürs Zuschauen. Ich freue mich auf das nächste Video mit euch. Macht's gut, meine Lieben. Bis zum nächsten Video. Ciao. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.